Herzlich Willkommen. Als erstes möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und Kartenlegerin. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Sonja. Sonja ist natürlich nicht der richtige Name, aber ich möchte nach wie vor diese Beratungsvideos anonym behandeln. Diesmal geht es um ein Jahreshoroskop. Und es beschreibt ein Jahr, dieser Zeitraum. Und es beginnt nicht am 1. Januar und dauert bis 31. Dezember. Nur bei denjenigen natürlich, die am 1. Januar geboren sind. Sondern in diesem Moment, wo die Sonne genau in gleicher Position erreicht hat, wie das im Geburtsmoment stand. Und mit diesem Augenblick beginnt das neue Lebensjahr. In den meisten Fällen fehlt es genau auf dem Geburtstag. Also von einem Geburtstag bis zum nächsten Geburtstag könnte man großzügig ausdrücken. Und beschreibt diesen Zeitraum. Sonja hat eine spezielle Frage auch. Wie sieht das im Liebepartnerschaft aus? Sie ist seit längerer Zeit alleine. Und ich beginne. Als erstes möchte ich Sonja begrüßen. Und in dieser Stelle erlaube ich mir, du zu sagen. Also liebe Sonja, ich grüße dich und ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Und ich möchte keine Zeit verlieren, sondern beginne ich sofort mit der Horoskop-Analyse. Vor ich überhaupt auf dem Jahreshoroskop eingehe, natürlich betrachte ich auch die Geburtshoroskope. Sonja, du bist im Tierkreis-Zeichnen Schütze geboren. Dein Mond, was deinen Gefühlen, Emotionen, dein Innerleben, das Unbewusste symbolisiert, befindet sich im Tierkreis-Zeichnen Skorpion. Aszendent hast du Krebs und dein Geburtsdatum ist um 24. November und dein Lebensjahr, dein neues Lebensjahr, was wir auch jetzt betrachten, beginnt um 24. November 2017. Vielleicht beginne ich mal mit deinen Schritten, weil das finde ich auch mal sehr wichtig zu betrachten. Das Aszendent im Geburtshoroskop bedeutet, dass in diesem Augenblick, wo du geboren bist, in Osthorizont die Tierkreis-Zeichnen Krebs aufgestiegen. Das bedeutet, die Tierkreis-Zeichnen Krebs hat dich begrüßt auf diesem Erdenleben. Das ist für dich wie ein Kostüm, wie ein Gewand und mit diesem Kleid, mit diesem Kostüm zeigst du dich im Leben. Das ist nicht dein wahren Selbst, das ist nicht deine Seele, es ist auch nicht deine Gefühle. Natürlich drückt es auch Gefühle aus, ganz klar. Diese Ausstrahlung, aber du spielst diese Rolle im Leben. Es ist nicht nur das Aszendent, sondern all das, was im ersten Haus befindet. Und es ist nicht nur die Krebs, sondern hier befindet sich auch die Tierkreis-Zeichnen Löwe. Und es gehört auch zu deiner Persönlichkeit, auf deinen persönlichen Auftreten, auf deinen persönlichen Ausstrahlung. Also mit dem Tierkreis-Zeichnen, also in deinem Fall, beginnt dein Leben mit dem Tierkreis-Zeichnen Krebs. Natürlich, der Krebs begleitet dich das ganze Leben lang und gibt noch die Einfluss der Tierkreis-Zeichnen Löwe dazu, weil im ersten Haus auch noch die Tierkreis-Zeichnen Löwe auch befindet. Denn Leben bleibt aber nicht stehen in diesem Geburtsmoment, sondern wir alle machen Schritte im Leben. Und das sind die Lebensschritte. Und wenn die Lebensschritte erreichen einen bestimmten Zeitpunkt, dann bekommt er eine neue Lebensphase. Astrologisch, die Astrologen sind nicht ganz einig. Manche Astrologen sagen, nach sechs Jahren beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Manche Astrologen sagen, mit sieben Jahren beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und das sind die sieben Jahrenperiode. Ich vertrete diese Meinung, dass nach jeder sieben Jahre ein neuer Zeitabschnitt, eine neue Periode beginnt. Und wo befindest du dich gerade mit deinen Lebensschritten? Mit deinen Lebensschritten befindest du dich gerade in Tierkreis-Zeichnen Fischen. Und diese Tierkreis-Zeichnen Fischen hat vor kurzem begonnen. Und das bedeutet, dass in den kommenden Jahren bewegst du dich auf einem Boden, wenn das überhaupt als Boden betrachten kann, weil die Tierkreis-Zeichnen Fischen sind Wasserelement. Vielleicht ist es besser so ausdrückend, du bewegst dich auf dem Wasser. Und hier in diesem Zeitraum, in diesem Periode, was bei dir begonnen hat und begleitet dich in den kommenden Jahren, achtet darauf, was die Tierkreis-Zeichnen Fischen ausdrückt. Die Tierkreis-Zeichnen Fischen, dieses Sternbild, besteht aus zwei Fischen. Astronomisch heißt das die süderlichen Fische und die nördlichen Fische. Und die beiden Fische sind miteinander verbunden, wie ein Nabelschnur. Also es ist eine Verbindung da. Und das ist das Fluss des Lebens. Man könnte sagen, das ist die große Ozean, wo die Fischen sich schwimmen. Aber mal ganz ehrlich, nicht jeder Fischengeborenen kann schwimmen. Manche haben Angst vor Leben und versuchen gegen den Strom zu schwimmen. Und dann ist das Leben zu schwierig, weil das ist gar nicht einfach so zu bewegen. Die klugen Fischen lassen sie sich tragen im Wasser und vertrauen an das Element Wasser. Vertrauen an das Leben und sie schwimmen. Durch dem Leben und das alles fließt auf sich zu. Symbolisiert die Tierkreis-Zeichnen Fische auch das Reichtum. Und dieses Vertrauen brauchst du in die nächste Zeit, weil du bewegst dich jetzt nicht auf dem Erde-Element, was einen festen Boden unter den Füßen gibt und beschreibt die Realität, sondern du kennenlernst in den kommenden Jahren, in diesem Lebensperiode, dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen an dir selbst, an die Schöpfung, dass das Leben ein Fluss ist. Und all das, was du wünschst, was du erreichen möchtest, das fließt auch auf dich zu. Wenn du anfängst daran zu zweifeln oder sogar bekommst du Ängste, dann schwimmst du gegen den Strom. Und hier ist auch wichtig, was die Stärke der Fischerngeborenen haben, die Intuition, auch die Inspiration. Also hör in die nächste Zeit auf dein gesundes Bauchgefühl, bleib im Vertrauen, das alles kommt im Fluss und sei kreativ. Das kannst du vorteilhaft nützen in dieser Lebensperiode und kommst näher zu dem Tierkreis-Zeichnen Fischen. Kennenlernst diese Phase. Ich kann das auch eingrenzen, diese Lebensschritte, ich nenne das als Lebensschritte, auch im Bereich, wo du dich bewegst, wo du das kennenlernst, diese Phase. Das ist die Übergang, astrologisch nennt man von 8. Haus auf 9. Haus, mit anderen Worten, von einer Zeit der Wandlung, die Veränderung, übergehst auf die große Reise. Und diese große Reise, was bei dir beginnt, weil du befindest dich mit deinen Lebensschritten in diesem Grenzbereich und beginnst auf deine große Reise zu gehen, das kann natürlich ausländische Erfahrungen bedeuten, kann auch viele Reise bedeuten, kann auch bedeuten, dass dein Schicksal dich nach Ausland führt oder Ausland spielt eine große Rolle in deinem Leben. Diese große Reise kann auch bedeuten, dass du eine innere Reise dich bewegst, zu deinem Selbst, zu deiner Seele. Und diese Reise, diese 9. Haus, wo deine Schritte machst, natürlich im Boden, dem Tierkreis zeichnen, fischen, diese Bereich, Lebensbereich, Reisen, hat eine Analogie zu Tierkreis zeichnen, Schütze. Das Boden ist die Fische, weil du das kennenlernst, das trägt dich. Aber dieser Bereich, wo dich die Tierkreis zeichnen Fische führt, das ist die Bereich Reisen, Ausland oder eine innere Reise, eine Selbstentdeckung, eine große Reise, auch die Zusammenhänge, das Leben zu erkennen, Glauben oder ein philosophisches Denken oder ein Studium, die Zusammenhänge, die größere Zusammenhänge, die größere Zusammenhänge im Leben auch zu erkennen, das hat mit dem Tierkreis zeichnen Schütze was zu tun. Und damit bist du vertraut, weil du bist in Tierkreis zeichnen Schütze geboren. Also das heißt, diese Periode bringt dich näher zu deinem Selbst. und dann entdeckst du etwas ganz Wertvolles, dass die Schütze bei dir im fünften Haus ist. Dahin geht nämlich die Reise, wenn ich jetzt auf innere Reise sprechen möchte, nicht auf dem Urlaub oder Auslandsreisen, sondern deine Reise zu dir selbst. Diese innere Reise führt dich im fünften Haus. Und die fünfte Haus ist das Kind, das Spiel des Lebens, dieser Spielplatz für uns Erwachsenen. Und hier in diesem Theater, in dieser Bühne spielt jeder die Hauptrolle. Nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern schreibt auch die eigene Lebensgeschichte und führt die Regie. Man nimmt das Leben selbst in Hand und ganz spielerisch. Und hier lernt man im Leben auch mal Kind zu sein. Und diese große innere Reise führt dich dazu, das zu erleben, weil das ist die Befreiung, mal Kind zu sein und erkennen, dass in deinem Leben spielst du die Hauptrolle. und das hat eine Analogie zu Tierkreis zeichnen Löwe, weil das ist das Löwehaus. Und dann sind wir wieder näher zu deinem Persönlichkeit. Das trifft dich wieder höchstpersönlich, weil im ersten Haus, was deine Persönlichkeit betrifft, die Rolle, was du spielst, am ersten beschreibst die Aszenden, das ist Krebs, das ist familiär und mütterlich und liebevoll und zurückhaltend. Aber hier befindet sich auch die Löwe und das ist deine Stärke. Und du lernst, diesen Übergang zu schaffen, mehr die Tierkreis zeichnen Krebs als Persönlichkeit, was dann auch dein Auftreten, deine Ausstrahlung ist, mehr in die Löwe übergehen. Das ist diese große innere Reise, wo dich zu diesem Ziel führt. Also das sind die Schritte und da mit diesen Erfahrungen hast du dein Selbstdarstellung, bringst du dich selbst im Glanz und hast du auch Lebensfreude und dahin geht die Reise. Dein Aszendent bleibt aber nach wie vor Krebs und das wirst du auch nie verlassen oder verlieren, bist immer noch liebevoll, gefühlsvoll, hilfsbereit, familiär, bemühtest anderen, aber lebt auch die Löwe, weil diese Eigenschaften, diese Hilfsbereitschaft, diese Mütterlichkeit leider wird im Leben oft ausgenutzt und dann fühlst du dich als Opfer und manchmal oder vielleicht öfters mal in deinem Leben brauchst die Löwe mal brüllen oder mal dich im Mittelpunkt stellen, zu dir selbst stehen oder mal dich im Glanz zu bringen und es hilft dir weiter. Nochmal möchte ich erwähnen, was diese Aszendent ist, weil da hat noch ein Einfluss auf dein Aszendent kommt noch ein Einfluss. Also ich wiederhole mich, diese Aszendent, wo bei dir im Tierkreis Zeichnen Krebs befindet, ist nichts anderes, als in dein Geburtsmoment ist dieser Tierkreis Zeichnen in Ost Horizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Ihr beide habt ihr im gleichen Augenblick das Tageslicht erblickt. Also du bist, kann man sagen, in diesem Moment, wo du geboren bist, identisch mit dem Tierkreis Zeichnen Krebs. Das ist nicht dein Selbst oder dein Seele oder dein Inneren, sondern in diesem Moment hat dich dieser Tierkreis Zeichnen Krebs begrüßt im Leben. Und auf diesem Augenblick, und das ist dein Geburtsmoment, ist nicht nur die Krebs im Osthorizont aufgestiegen, sondern in diesem Augenblick bestrahlt ein Sterben. und das wird auch auf dein persönlichen Leben begleitet, dein Schicksal. Und dieser Stern, wo dich begrüßt hat im Leben oder dich bestrahlt in diesem Moment, wo du geboren bist, in diesem Augenblick, dieser Stern heißt Prokion. Und dieser Prokion befindet sich in einem Sternbild und dieser Sternbild heißt kleiner Hund. Es ist der Hund von dem großen himmlischen Jäger Orion. Das ist auch ein Sternbild im Himmel. Also das ist der Hund von Orion. Und dieser Hund zeigt auf dem Nordpol. Also zum Orientieren. Ich spreche jetzt nicht von diesem einzelnen Stern Prokion, wo dich bestrahlt hat in deinem Geburtsmoment, sondern das gesamte Sternbild, wo sich dieser Stern befindet. Weil die Sternbilder bestehen aus mehreren Sternen. Und dieser Prokion, dein persönlichen Stern, dein persönlichen Begleiter in dein Schicksalsweg hat eine große Bedeutung. Also das Sternbild selber zeigt die Richtung nach Polarstern. Das ist Orientierung. Und dieser Prokion, dieser Stern, hat eine wichtige Aufgabe. Und diese wichtige Aufgabe besteht darauf, dass dieser Prokion verkündet etwas. Verkündet die Aufgang von Sirius. Dieser Sirius ist ein berühmter Stern. Sirius befindet sich auch im Sternbild kleiner Hund, genauso wie Prokion. Und dieser Sirius gilt als eine von dem leuchtenden hellsten Stern überhaupt. Und dieser leuchtende Stern wurde bei den Ägypter verehrt. Und sie haben als Osiris verehrt, wenn man das mythologisch betrachtet. Aber spielt in die ägyptische Kultur dieser Sirius eine große Rolle, weil das war auch für Orientierung da. Und ein Zeichnen auch das Leben nach dem Tod. Und bei den Pyramiden Bau wurde auch das in die Richtung gezeigt Sirius. Ich möchte jetzt nicht näher damit eingehen, nur betonen, dass dieser Sirius ist das leuchtende, wurde verehrt und zeigt, der Weg, wie ein Wegweiser. Und vor dieser Sirius aufsteht, vor man überhaupt sichtbar ist, die Aufgang von Sirius, kommt der Verkünder, die Vorbote und das ist diese Prokion und das bist du, weil du hast einen persönlichen Bezug zu diesem Stamm Prokion. Mit anderen Worten auf dein Schicksal, auf dein Leben übersetzt heißt es, du hast eine Vorahnung, was kommt. Es ist noch unsichtbar und du weißt es schon. Vielleicht nicht im Verstand, weil das kannst du nicht erklären, woher kommt das, aber du hast schon die Vorbote, du ahnst etwas oder hast diesen Impuls oder diese Intuition und das kannst du natürlich an dir stärken auch, damit das bewusst ist, dass du einen Einfluss von diesem Stern Prokion hast und das ist nichts anderes als der Verkünder die Vorbote und verkündet dass bald kommt Sirius, die Aufgang von Sirius. Claudius Ptolemaeus beschreibt dieser Prokion dass dieser Stern Prokion verleiht bei den einzelnen Menschen Klugheit, Geschichtlichkeit und Schlauheit also eine kluge Einfluss und das beeinflusst natürlich deine Persönlichkeit und das ist deine Ausstrahlung dein Auftreten ich würde mal sagen andere sehen das an dir und das soll dir auch bewusst sein wir bleiben noch in dein Geburtshoroskop und und ich betone noch mal die Löwe weil diese Löwe an dir zu entdecken wäre sehr wichtig dass du mehr Erfolg hast im Leben und auch was dir zu Partnerschaft führt weil das ist die wichtige Thematik liebe Partnerschaft und die Tirk zeichnen Löwe in dein erster Haus hat eine große Bedeutung auf dem Partnerschaft warum es gibt astrologisch zwei Knoten Punkt es sind kein Himmelsobjekte sondern ein Schnittpunkt im Himmel Es wird in unserem westlichen Astrologie nicht allzu betont da arbeiten immer die indischen Astrologe weil sie glauben an die Wiedergeburt die glauben mehr an die Karma und diese zwei Schnittpunkt hat mit Karma etwas zu tun Wir im westlichen Astrologie drücken das aus aufsteigende Mond Knoten und absteigende Mond Knoten die Inder sagen Drachen Kopf und Drachen Schwanz die sind miteinander verbunden die Drachen Schwanz oder der absteigende Mond Knoten hat mit Vergangenheit etwas zu tun das ist die alten gesamten karmischen Erfahrungen mit diesen Erfahrungen werden wir geboren und die Seele erinnert sich auch auf diese Erfahrungen und unsere Lernaufgabe hier und jetzt auf die Erde weil die Erde symbolisiert die Mitte unsere Lernaufgabe all das was im alten Karma in Vergangenheit gut ist wie Talenten und Fähigkeiten oder gute Eigenschaften das sollen wir auch bewahren und das was noch fehlt das zeigt die Richtung die aufsteigende Mond Knoten weil das führt uns weiter befreit uns kommen mehr zu unserer Seele kehren wir zu unserer Seele zurück es wäre ein Fehler die eine zu verleugnen sondern was wir lernen hier und jetzt sein und im Gleichgewicht bleiben das heißt all das was uns vermittelt die Vergangenheit wie Talente Fähigkeiten das natürlich auch nach wie vor nützen und das was fehlt weiter entwickeln weil das bringt uns das sind die Entwicklungen und das Ausgleichen und die Mitte bleiben so hier und jetzt bleiben und beide Seite wie im Waageschale im Gleichgewicht halten aber dieses Neues weil das ist ein Neuland muss erst mal kennen lernen und alles was neu ist haben wir erst mal Angst davon und wichtig ist natürlich die Ängste überwinden und das auch zulassen und wo du die karmische Erfahrungen machst was fehlt wo für dich ein Neuland ist hilft dir aber weiter das ist im Löwen und das ist im ersten Haus also entwickle deine Persönlichkeit in Richtung Löwe weil die Löwe wenn du das ausstrahlen kannst die Löwe Eigenschaften es ist majestätisch das ist ein königlichen Zeichnen auch wenn du das verinnerlichen kannst du bist die Königin in deinem Leben und du hast die Kronen und du hast auch dazu die Thron und das ist dein Auftreten wenn du das ausstrahlen kannst und die Menschen dich so wahrnehmen dann lebst dein Selbst und bewältigst auch deine karmische Aufgaben natürlich kommt die Krebs immer wieder dazu die mütterliche die liebevolle weil das gehört auch zu dein Persönlichkeit aber betone die Löwen und das hilft bei dir in Liebe Partnerschaft weil die absteigenden Mondknoten die alten karmischen Erfahrungen das liegt immer gegenüber und was liegt die Löwen gegenüber das ist die Wassermann das bedeutet mit anderen Worten all das was du im vergangenen Leben erlebt hast beruflich oder familiär oder Liebe Partnerschaft das gesamte Erfahrungen wo du vertraut bist wo du dich auskennst wo dir Sicherheit gibt im Leben das das die Tier Zeichnen Wassermann das heißt wenn du geboren wo du geboren bist oder wenn du geboren bist bist nicht mit leeren Händen gekommen auf die Erde sondern du hast Erfahrungen Lebenserfahrungen mitgenommen und das Gesamte wird auf ein Tier Zeichnen zugeordnet und deine karmische Erfahrungen wo du auch vertraut bist liegt im Tier Zeichnen Wassermann und natürlich hat das viele Vorteile tolle Ideen Humor Leidigkeit Kontakte Verbindungen und etwas Außergewöhnliches in sich zu haben die Tier Zeichnen Wassermann vermitteln etwas wo ich sage das ist die Genie irgendetwas Außergewöhnliches haben die Wassermann Geborenen in sich und das hast du auch und das hast du noch von die vergangenen Leben und das sollst du bewahren das sind die Vorteile das sind die Schätze und du sollst diese Schätze auch behalten für dich behalten aber du sollst diese Schätze jetzt präsentieren mit dein auftreten das im Glanz zu bringen damit glänzen dich zu zeigen und im Mittelpunkt stellen und das ist die Löwe und du traust dich nicht dieser Löwe Eigenschaften zu leben vielleicht durch die Erziehung oder bis dazu vielleicht zu schüchtern kann mehreren Ursache sein und das ist die Lernaufgabe das Zutrauen mutig zu sein und fühl dich wie eine Königin und so beherrscht dein Leben und nicht nur allgemein im Leben hilft es weil du mehr Anerkennung bist du besser wahrgenommen sondern das hilft in Partnerschaft weil diese alte karmische Erfahrungen was bei dir die Tierkeit seinen Wassermann ausdrückt liegt in meinem Lebensbereich was astrologisch siebte Haus nennt und dieser siebte Haus ist die Ehe ich gehe wieder zu deinem Karma zurück du hast deine alte karmische Lebens Erfahrungen gesammelt im Liebe Partnerschaft oder in die Ehe du wolltest diese Wassermann Eigenschaften leben frei zu sein innerhalb von Beziehung oder Ehe und das war eingeschränkt und das sollst du aber zurück holen und diesmal anderes erleben die Partnerschaft vielleicht ist unbewusst sind Ängste da ja nicht heiraten ja ich will nicht im Gefängnis mich so zu fühlen wie gefangen in einer Ehe oder in einer Partnerschaft gefangen zu sein ein Wassermann kann man nicht gefangen halten das ist luftelement sonst verliert den Atem und das sind diese karmische Erlebnisse das heißt in die liebe Partnerschaft oder in einer Ehe warst du nicht selbst sondern du hast dich aufgeopfert du warst nicht frei in die Partnerschaft und dieser Wunsch aber ist da in eine Partnerschaft zu leben und das ist ganz natürlich aber du solltest glücklich sein und hier spielt auch Saturn eine Rolle Saturn die große Lehrmeister die Hüter die Karma die Führer unserem Schicksal befindet sich in deiner Ehe Haus das hat zwei Bedeutungen erstens bedeutet dass du die Glück in die Liebe Partnerschaft erst in zweiter Hälfte dein Lebens erlebst also mehr im reiferen Jahren als im jüngeren jüngeren Jahren hast du viel Lernaufgabe und es ist nicht einfach und nicht leicht da bist in die Liebe Partnerschaft etwas eingeschränkt aber bei die zweite Lebenshälfte wirkt Saturn schon anderes dann ist die Lernaufgabe vorbei und möchte Saturn etwas befestigen und diesem Zeitraum bist du dafür zu sorgen dass diesmal das klappt dass du die Partnerschaft befestigst dass das zu einer Ehe führt dass das stabil ist Saturn will Sicherheit Stabilität etwas befestigen aber Saturn erzieht uns auch und im jüngeren jahren ist es nicht immer angenehm und du erlebst es hast erlebt wir sprechen von Vergangenheit du hast es erlebt in deinen vergangenen jungen Jahren also das bedeutet hier hast karmische Erfahrungen aber auch eine Lernaufgabe und wichtig ist eine stabile sichere Ehe Leben und Partnerschaft Leben und es muss Hand und Fuß sein und da sollst du da auch glücklich sein und du bist glücklich wenn du die Wassermann leben kannst und die Wassermann ist Luft element braucht Freiraum braucht Atem und du 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 nicht eingeengt zu sein und andererseits wenn du die Löwe Eigenschaft mit beeinflusst deine Partnerschaft das heißt du gibst dir selbst nicht auf du opferst nicht du gehst auf kein Kompromiss ein sondern du bleibst zu dir selbst treu und das bringst du im Glanz und und du in Einklang bringst dass du selbst treu bleibst dass du selbst bewusst bist dass du mit deinen Werten bewusst bist und das bringst in die Partnerschaft rein und die Partnerschaft sorgt dafür dass du auch ein gewisser Freiraum hast und bringst deine eigenen Ideen rein oder pflegst du auch Freundschaften also keine obwohl du sehr familiär bist eines heißt die Krebs Ascendant vermittelt schon das für dich wichtig ist die Familie auch die Zuhause die Zurückgezogenheit weil da bekommst du auch Kraft also beides ist wichtig aber auch die Freiraum oder die Freundschaften auch also wenn das alles harmonisiert dann ist das ein Zeichnen dass du eine glückliche Partnerschaft lebst bleiben wir noch bei die Mondknoten oder Drachen Schwanz oder Drachen Kopf so wie die indischen Astrologen diese karmischen Knoten bezeichnet diese absteigende Mondknoten Vergangenheit alte Karma oder wie die Inder sagen Drachen Schwanz wird von einem Stern bestrahlt das sind deine Vergangenheit das sind die alte karmische Erfahrungen was du in diesem Leben auch als Erinnerung irgendwo unbewusst in sich trägt nicht nur du jeder Mensch hat diese karmische Erfahrungen diese Punkt wird von einem Stern bestrahlt und dieser Stern heißt Giedi und diese Giedi ist bei dir im Partnerschaftshaus drin hat aber mit Vergangenheit etwas zu tun das heißt die Erfahrungen was du in alten Karma erlebt hast zeigt etwas diesem Stern und diese Giedi ist das südliche Horn des Bockes es befindet sich wirkt zwar wirkt zwar im Tierkreis einen Wassermann wo auch der absteigende Mondknoten ist aber dieser Stern befindet sich noch im Steinbock das ist das südliche Horn des Steinbocks wirkt aber in diesem Bereich wo dein alten karmische Erfahrung dich erinnert und dieser Name kommt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt das erschlagenen Böcklein Ptolemius beschreibt dieser Stern dieser Giedi aus die Opferrolle raus und das sagt eine karmische Erfahrung das heißt für dich ist wichtig die Liebe Partnerschaft oder Ehe in Alt Karman zeigt mir die Horoskop an du hast die Freiraum verloren die Luft verloren du warst eingeschränkt in die Ehe du hast dich geopfert du hast nicht dein selbst gelebt einerseits war wichtig die Familie die Partnerschaft die zu Hause das ist die Erinnerung auch die Ascendent Krebs einerseits du das nicht mehr und möchtest die Partnerschaft anderes erleben kann sein dass du bewusst auch ein bisschen Angst davon hast dich zu binden oder eine Ehe einzugehen und dieser Stand dieser KI die sagt hier karmisch hast eine Lärmaufgabe aus die Opferrolle raus und dabei hilft wieder die Löwe egal wie ich schaue die Horoskop ich lande immer auf dem Tierkreis Löwe weil dieser Löwe holt dich raus und das bringt dich in Glanz auch in Gesellschaft auch bei dein Ansehen dass du Respekt bekommst dass du wahrgenommen bist dass du andere Ausstrahlung hast dass du ein anderes Auftreten hast dass du selbstbewusst bist dass du deine Werte stehst dadurch verbessert sich auch die Finanzen hängt auch zusammen eigenem Selbstwert Gefühl und die Finanzen auch spielt eine Rolle und führt dazu dass du mit einer Art und Weise dem Partner begegnest du hast du andere Selbstbewusstsein du hast anderen Selbstwert gefühlt das strahlst du aus und das ist ein kosmisches Gesetz all das was du ausstrahlst zieht das an und in dem Moment ziehst du die richtige man an und das führt zu die richtige Beziehung und du kommst von die Opferrolle raus sondern die Liebe Partnerschaft oder die Ehe stärkt dich oder du stärkst den Partner das ist geben und nehmen und das kommt im Gleichgewicht also nochmal würde ich sagen vertraue die Löwe und dann kehren wir wieder auf diesem Tierkeit Zeichnen Löwe zurück also das ist dein aufsteigender Mondknoten das heißt eine karmische Lernaufgabe dann steht das bei dir im ersten Haus du sollst das persönlich leben und die Tierkeit Zeichnen Löwe hat eine Analogie zu dem fünften Haus das Haus des Kindes bedeutet auch aber selbst mal Kind zu sein im Leben was nicht verwechselt ist kindisch zu sein das meine ich nicht sondern das Leben mal spielerisch zu betrachten und in diesem Bühne die Hauptrolle zu spielen das beschreibt auch unter anderem dieses fünfte Haus und bei dir im Geburtshoroskop liegt in diesem fünften Haus die Schütze da ist deine Sonne und die Sonne will diesen Glanz die Sonne steht im Mittelpunkt in unserem Sonnensystem und strahlt was aus und diese Sonne sollst du entdecken natürlich heißt da Themen und Vater Themen das ist nicht leicht nicht einfach aber du sollst es bewältigen und selbst daran arbeiten dann bleiben wir noch bei diesem fünften Haus weil dieses fünfte Haus spielt bei dir eine große Rolle erstes mal weil hier befindet sich deine Sonne das ist Schütze und das was du lernst die Sonne rausholen das ist ein Löwe Haus also die Rolle der Löwen spielen damit deine Sonne zum Glanz kommt aber dieses fünfte Haus das Haus des Kindes oder wie ich schon sagte das Leben mal spielerisch auch betrachten und diese Hauptrolle zum Spielen in dem Leben in dieser großen Bühne dieser Bereich dieser fünfte Haus dieser Löwe Haus dieser Bereich hat ein Tor ich nenne das mal als geheimen Toren und dieser geheimen Tor hat auch einen Einfluss auch einen Einfluss von Sternen und diese Sternen helfen dir dieser Tor zu öffnen in dein Leben in dein Schicksal das du erkennst das ist mein Lebens Bühne hier spiele ich die Hauptrolle ich übernehme die Regie ich bestimme mein Schicksal und das ist nicht schwer weil ich entdecke mein inneres Kind ich entdecke diese spielerische Art und Weise und ich bewältige das wie öffnest du diesen Tor weil das hilft zu dir selbst zu finden indirekt hilft auch bei die Partnerschaft in dieser Hausspitze oder ich nenne das als geheime Toren muss erstmal geöffnet sein und diese geheime Tor hat einen Einfluss von dem südlichen Schale und den nördlichen Schale und wenn ich das erkläre was das ist hilft dir dieser Tor zu öffnen dieser südlichen Schale und nördlichen Schale ist nichts anderes als die Schere des Skorpion wenn wir von anderen Seite betrachten ist nichts anderes als die Waage was die Jungfrau im Hand hält wir können diese zwei Schälchen nördliche Schale oder südlichen Schale dieser Sternbilder im Himmel von beiden Seiten betrachten Wenn wenn wir das von Jungfrau aus betrachten das ist die Waage was die Jungfrau in Hand hält und symbolisiert die Gerechtigkeit damit meine ich die Gerechtigkeitssinn oder die göttliche Gerechtigkeit aber auch das Gleichgewicht von Skorpion aus betrachten wir auch diese Schale das ist auch ein gewisses Gleichgewicht was das vermittelt Später bei die Geschichte der Astrologie haben die Römer von diesem Schale von diesem südlichen Schal und nördlichen Schal ein eigenes Tierkreis zeichnen kreiert und das ist die Tierkreis zeichnen Waage und so kennen wir das auch also hier bei diesem Tor das fünfte Haus kannst du diese Tor öffnen mit dem Wagen und denk auf diesem Waageschal im Gleichgewicht zu bleiben auch die inneren Gleichgewicht auch die Gerechtigkeit geben und nehmen Ursache und Wirkung was vermittelt noch die Waage Liebe Partnerschaft Gerechtigkeit Gleichgewicht Schönheit Ästhetik auch ein Luft Zeichnen das Atem also mit diesen Waage Eigenschaften die Harmonie die Ästhetik die Liebe zu leben mit diesen Waage Eigenschaften öffnet dich die Tor zu diesem Lebensbereich zu deinen Bühnen wo du lernst mal Kind zu sein unbeschwert spielen im Leben nicht kindisch sondern ein Kind zu sein oder deinen inneren Kind zu erdecken dass du da mal Streicheleinheiten gibst wie toll du bist wie gut du alles bewältigst und das zu stärken weil das stärkt dich im Leben dann geht das alles mit so Leichtigkeit und plötzlich wird auch Liebe Partnerschaft auch wichtig weil immerhin die Partnerschaft vermittelt auch die Tierkreis Zeichnen Waage weil die Tierkreis Zeichnen Waage haben eine Analogie zu dem Partnerschaft Haus zu dem siebten Haus alles hängt zusammen also damit öffnest du dieser Lebensbereich Lebensfreude fünfte Haus dann möchte ich auf dein Mond auch eingehen weil das symbolisiert nicht nur das Mutter Bild bei deinem Vater Bild bei deiner Sonne sehe ich die Verletzungen Sonne hat einen Bezug zum Vater Erziehung vom Vater Bild da sind Verletzungen da und der Mond symbolisiert die Gefühle das Unbewusste die Weibliche auch die Mutter du hast im Horoskop einen sehr schön bestrahlten Mond und das macht dich lebendig das lebt also deine Gefühle sind sehr schön es kommt zwar eine gewisse Spannung von Saturn diese lebendige deinen Gefühlen zum Leben zu befreien das bedeutet dein Mond hat mehreren Einflüsse es hat eine ganz starke Wirkung eine ganz starke Wirkung und hat sehr schöne Einflüsse von außen und das zeigt mir einen sehr schönen Innenleben deinen Gefühlen oder diese mütterliche sehr stark ausgeprägt aber von Saturn kommt eine gewisse Spannung wie eine Grenze Saturn setzt da Grenzen so dass dein Gefühle nicht frei leben kannst und du solltest über diese Grenze zu gehen von dir raus kommen Gefühle zeigen oder Gefühle annehmen das fließen lassen also diese Grenzen überschreiten weil wenn das nicht passiert dann entstehen wie Berg vor dir und lebst die Gefühle nicht also das ist wichtig diese Grenzen über gehen Mond befindet sich im Tierkreis einen Skorpion und es ist Wasserelement also die Tierkreis einen Skorpion gehören zu Wasserelement und die Wasserelement hat mit Gefühlen zu tun und da ist natürlich die Mond sehr vertraut die Mond hat einen Bezug zu Wasser und hat den Bezug zu Gefühlen also so fühlt sich der Mond sehr wohl im Tierkreis einen Skorpion und es hat auch schöne Einflüsse also das ist ein sehr schön innen Leben sehr schönen Gefühls Zustand aber ein bisschen Grenzen kommt von Saturn es kann auch mit mit Sexualität etwas zu tun weil die Tierkreis ein Skorpion hat einen Bezug zu Sexual Energie sind zwar schöne Gefühle und liebevoll und mütterlich und gefühlsvoll aber eine gewisse Sperre ist wirkt das nicht ganz befreit ist und das sollte man überwinden das sollte man dieser Sperre über die Grenzen gehen und das bewältigen bleiben wir noch bei Mond Du bist kurz vor Neumond geboren Mond in diesem Augenblick wo du geboren bist die Mond läuft auf die Sonne zu aber hat noch nicht erreicht die Sonne und nach dein Geburt also kurz nach dein Geburt war schon Neumond also paar Stunden später war Neumond du bist kurz vor Neumond geboren und es hilft wenn du versuchst das mal zu vorstellen dass du dein Mund dein Gefühl ein bisschen bewegst Richtung Sonne und dann kommt mehr Zugang zu dein Selbst mehr Verständnis zu deinem Vater die Sonne symbolisiert das Selbst die Sonne symbolisiert auch den Vater auch das männliche und so kannst du über die Grenzen gehen und dann erreichst du diese Neumond Position das bedeutet nicht dass dein Geburtshoroskop sich ändert und plötzlich bist exakt im Neumond geboren nur zum verstehen dass in dein Geburtsmoment das sehr nah war dass das fast erreicht hat dieser Neumond und das hilft dir selbst diese Energie zu spüren Neumond und da die Kraft zu holen und in einem Neumond wo leuchtet die Sonne in unserem Inneren Mond ist unsichtbar im Nachthimmel sehen wir die Lichter nicht Sonne und Mond obwohl wir wissen die existieren auch Sonne auch Mond und das ist eine meditative Haltung nach innen schauen und entdecken die inneren Sonne und versuch mal deinen Mond in die Richtung bewegen weil das ist wirklich nur paar Stunden wenn du jetzt paar Stunden später geboren wärst wäre das genau Neumond und das kannst du so selber durch eine meditative Haltung erzeugen dass deine Sonne dein Selbst dein Vater Bild den Bezug zu dem Männlichen erstmal in dein Inneren wahrnimmst in dein Vorstellungskraft oder diese Stärke an dir selbst zu finden ich könnte gut vorstellen dass dein Vater oder der Vater Bild hat dich nicht gestärkt im Leben du brauchst aber diese männliche Energie diese Kraft diese eigenen Kraft das Leben zu bewältigen und das bekommst du wenn du nach innen schaust und dabei hilft diese mal zum Bewusstsein dass es kurz vor Neumond ist dein Mond kurz vor Neumond wo in deinem Geburtsmoment steht hat eine Verbindung zu Neptun und Venus und Venus ist hier rückläufig in dein Geburtshoroskop und diese rückläufige Venus zeigt auch alte Erinnerungen alte karmische Erinnerungen und spielt hier Neptun eine Rolle Neptun ist nicht leicht zu verstehen es kann natürlich die Träume sein die Visionen die Träume zu leben und hier bei dir geht es um die Liebe also eine traumhafte schöne Beziehung zu leben und das zeigt auch deine Gefühle aber hier kommt die Mond dazu und das was dein Schicksal sagt auch leb deine Träume leb deine Visionen und lass es zu eine traumhafte schöne Beziehung zu leben und woran erinnert dich die Rückläufigkeit von Venus was dich etwas zurück werft im Leben in die Partnerschaft das sind die Erinnerungen Erinnerungen von Vergangenheit und da die Neptun drückt sich anderes aus das sind die Enttäuschungen was du erlebt hast und das ist tiefster Punkt im Horoskop spielt sich das alles ab und das ist wie ein Wurzel du kannst das Horoskop so verstehen wie ein Baum das hat eine Wurzel das ist verwurzelt und dann wächst dieser Baum und hat auch eine Krone und diese Emotionen deinen Gefühlen die Liebe die alte Erinnerungen deine Träume deine Sehnsüchte ist im tiefsten Punkt im Horoskop das heißt da bist du verwurzelt wenn das schön ist weil du lässt die Neptun Energie zu und lebst deine Visionen lebst deine Träume dann ist das wunderbar wenn du aber diese Enttäuschungen verspürst weil unbewusst kommen alte Erinnerungen hoch und spürst diese Enttäuschungen neigst du dazu das festzuhalten da bist verwurzelt und das solltest du entwurzeln auch von Erinnerungen von Kindheit weil dieser tiefste Punkt im Horoskop erinnert uns auch an die Kindheit daher kommen wir da sind wir verwurzelt das sind die Traditionen das sind die Ahnen das sind die Eltern Haus also es ist wichtig beide Seiten zu betrachten weil dein Mond hat zwei Einflüsse einmal wunderschön einmal sind Einschränkungen da wenn das um Träume geht und das ist wie im Traum wenn das schön und märchenhaft ist dann sollst du das so lassen dann stehst du mit feste dann ist das diese Befestigung wenn das aber diese Enttäuschungen bei dir hervorruft die Erinnerungen wohl in die alte Karma auch an deine Kindheit dann sollst du das nicht festhalten sondern dann sollst du da ein bisschen entwurzeln und da ist ein so gewisse Gleichgewicht wichtig das geht um Erinnerungen Elternhaus Kindheit Traditionen und auch dein neuer Weg deiner Persönlichkeiten Selbstfindung auch und das ist wichtig dass du einen goldenen Mittelweg findest was in deinem Mond eine gute Einfluss hat das kommt von Uranus und Uranus stärkt dich und Uranus macht dich ungewöhnlich außergewöhnlich sorgt für eine außergewöhnliche Schicksals Weg und das passt ganz gut zu Tierkreis Zeichen Wassermann weil Uranus herrscht über die Tierkreis Zeichen Wassermann und alte karmische gesamte Erfahrungen liegen im Wassermann und damit sollst du bewusst sein weil das stärkt dein Selbst deinen Gefühlen du bist außergewöhnlich und ist nicht die Rolle im Leben in Gesellschaft das Durchschnittliche da bist du unzufrieden vielleicht die Traditionen oder Elternhaus oder Erziehung versucht dich in diese Richtung zu lenken bist aber nicht also finde dein Selbst und das ist etwas ungewöhnlich mit ungewöhnlichen Ideen ungewöhnlichen Lebensum Umständen und sei damit bewusst dass du kein durchschnittlicher Mensch bist sondern du trägst etwas Außergewöhnliches an dir und das nicht nur jetzt sondern auch vom vergangenen Leben hast das mitgebracht das ist eine Ausstrahlung und mit der Löwe bringst du das in Glanz und diese Erziehung oder die Gewohnheit was dich vielleicht versucht in eine Schublade zu stecken das bist du nicht sondern das sollst du diese Muster verlassen dann noch etwas wir sind immer noch im Geburtshoroskop du hast im Geburtshoroskop Sonne Merkur Konjunktion nennt man das das heißt Sonne und Merkur beide befindet sich im Tierkreis seinen Schützer sie sind sehr nah wirken auch zusammen das Problem ist in diesem Horoskop und da solltest vielleicht auch drauf achten diese Merkur ist verbrannt nennt man das von die Sonne das heißt Merkur ist so nah zu die Sonne dass die Sonnenkraft die Sonnenergie verdeckt Merkur in unserem Sonnensystem kannst du das so vorstellen dass die Planet Merkur ist der näheste zu die Sonne in unserem Sonnensystem steht Merkur ganz nah in die Sonne also eine enge Verbindung ist immer da aber wenn das so exakt in Verbindung steht wie in dein Geburts Horoskop dann die Sonnenstrahl die Sonnenkraft ist so stark das überwirft die Merkur Energie mit anderen Worten also jetzt mal auf dein Schicksal auf dein Leben bezogen es geht um Gespräche und du hast das Gefühl dass wenn um Kommunikation geht oder um Gesprächen geht du bewunderst anderen und die haben so einen Einfluss auf dich das ist dieser Sonnenstrahl dein Merkur kommt gar nicht im Vorschein das was ich nenne die Sonne verbrannt die Merkur also versuch mal die Merkur Energie und das sind die Gespräche die Kommunikation die Information die Handlungen diese Merkur diese Sonnen Merkur weil die wirken zusammen an dir selbst zu entdecken und wenn es um Gespräche geht dann drück dich auch ganz selbst bewusst dann lebst das auch dann hast du das verfeinert weil wenn du versuchst andere zu bewundern die haben so tolle Ideen oder die können so gut ausdrucken ich komme gar nicht an was solide antworten oder wenn jemand mich angreift dann fühle ich mich wie gelähmt ich finde die Worte nicht dann heißt übergibst die Macht über anderen und du bist in die Schatten und versucht mal das anderes mit anderen Augen betrachten und sagen die Gespräche bleibt bei mir das ist meine Macht und was andere können das kann ich auch und wenn jemand bei der Kommunikation etwas sagt dann habe ich die richtige passende Antwort und da brauchst du eine starke Selbstvertrauen und das mal im Licht zu blinken das heißt vergleiche dich nicht mit anderen man kann andere Menschen bewundern oder loben es ist wunderbar aber nicht vergleichen nicht dass du denkst du bist kleiner als die anderen oder die sind mit der Sprache besser bewaffnet als du und du kannst nicht wehren oder kannst du dich nicht so ausdrücken wie du möchtest sondern du verschluckst die Sprache also versuch das trainieren dann gehen 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 wir auf die liebe partnerschaft mal Mars was ist diese Mars das ist der Mann aber hat auch andere bedeutung auch im weiblichen horoskop bedeutet Mars der Mann also handelt sich um Liebe Partnerschaft im Leben brauchen wir aber die Mars Energie wir Frauen auch haben wir auch dieser Teil an uns astromedizinisch bedeutet die Muskulatur die Bewegung die Sport die Bewegung wir brauchen die Mars Energie diese Kraft etwas im Leben zu bewältigen das gibt uns Kraft das bewegt sich etwas und gibt uns auch Mut das ist die eine Bedeutung die andere wie ich schon sagte der Mann im Horoskop in dein Geburtshoroskop ist dieser Mars unaspektiert das heißt Mars hat keine Verbindung zum anderen Planeten das so ist wenn es gar nicht da wäre ist aber da muss nur die Zugang finden und das wunderbare daran ist bei diesem unaspektierten Planeten wenn du das entdeckt hast dann ist es rein misch sich niemand ein sondern du entdeckst an dir etwas was deins ist was dich ausmacht was anderes ist da kommen keine Einflüsse von außen keiner mischt sich da ein sondern die Mars Energie bleibt konzentriert und bleibt rein und das ist erstmal dein Kraft und dein Mut also finde die Zugang zu deiner Kraft finde die Zugang zu dein Auftreten deiner mutigen Verhalten und dann findest die Zugang auch zu die männlichen zu der bestimmte Mann und das ist einzigartig das ist einzigartig weil du findest die Zugang oder wenn ich in die Liebe sprechen kann dieser Mann findet dich aber erst mal vor du überhaupt jetzt Richtung des Liebe Partnerschaft versucht die Mars Energie an dir zu entdecken deine Kraft alles was in Bewegung setzt mutig zu sein dich durchsetzen im Leben und das auch mal trauen im Leben diese Maß diese unaspektierte Mars wo befindet sich diese Mars im zweiten Haus die zweite Haus ist eigentlich die Finanzen also das heißt wenn du das entdeckst diese Energie und bist mutig kannst auch deine Finanzen verbessern aber in erster Linie bleiben wir in Liebe Partnerschaft dieser zweite Haus wo dieser Mars befindet hat mit den Finanzen was zu tun aber bedeutet auch Werte und bei Werten bedeutet das auch das eigene Selbst Wert Gefühl das ist wichtig energetisch also ich betone dass es ist wichtig das daran zu arbeiten auf diese Energie zu arbeiten als jetzt auf die Männersuche zu gehen sondern versuch das energetisch zu bewältigen Punkt eins mutig zu sein dann Punkt zwei selbstbewusst zu sein Punkt drei dich durchsetzen im Leben dann achte auf deine Werte auf dem Selbst Wert Gefühl profitierst auch finanziell kommt etwas in Bewegung das ist auch ein Vorteil aber dadurch wenn du das energetisch bewältigt hast kommt eine fließende Energie und so findest die Zugang oder ist vielleicht kluger das so ausdrücken der Mann findet dich das heißt du arbeitest auf deine Energie du strahlst es aus und das was du ausstrahlst und das ist ein Gesetz das ziehst du auch an in dem Moment trifft der Mann ein erfindet dich also das ist die Selbstwert Gefühl das ist die Kraft und die Mut und was wichtig ist also ich habe die zweite Haus erwähnt das geht um die Werte das Selbstwert Gefühl und die Tierkreis zeichnen wo der Mars befindet ist im Löwe sind wir wieder bei den Löwen egal wie ich diesen Geburtshoroskop analysiere ich finde ich immer die Quelle bei den Löwen also versuch diese Löwe Eigenschaften zu leben in dem Boden den Tierkreis zeichnen Fische wo gerade deine Lebens Schritte magst darf man das auch nicht vergessen also alles im Vertrauen bleiben es kommt alles im Fluss sei intuitiv höre auf deine inneren Stimme und versuch wie ein Neugebot deine Löwe Eigenschaften Leben oder diese Löwe zulassen es ist diese Wandlung es ist diese Veränderung Veränderung und dadurch kommst du zur Bindung zu dem richtigen Mann und dann kommt diese karpische Erfahrungen dass du dein alter Karma auflöst das zu Ende geht und vertraust auf die Partner und anderes erlebst als in Vergangenheit noch mal zu diesem Neumond du bist kurz vor Neumond geboren wir wissen von der Natur aus wenn Neumond ist dann ist die Mond unsichtbar das heißt die Mond hat kein eigenes Licht sondern bekommt die Licht von die Sonne und wenn die beiden Sonne und Mond in einer Konjunktion stehen dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten und wir erleben das als Neumond bis dann die Mond entfernt sich von dieser Position und dann bekommt die Sonnenlicht und nimmt zu und erleben wir als zunehmende Mondphase in dein Geburtsmoment war aber kurz vor Neumond und das hat auch eine Bedeutung weil das ist die inneren Licht nach innen schauen im chinesischen Astrologie wird das so beschreiben Sonne Sonne und Mond ist Himmels Kaiser und Himmels Kaiserin und bei dieser Neumond Position genießen man das Liebesleben und das ist sehr intim Was 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 ich damit vermitteln möchte dass in diesem Augenblick das hilft dir weil das prägt schon deine Persönlichkeit auch bei große Entscheidungen im Leben oder bei Veränderungen im Leben oder bei dieser Selbstentwicklung versuch diese Kraft zu holen nach innen schauen und entdecke die innere Sonne an dir und es gibt auch eine innere Sonne natürlich die Sonnenenergie ist auch wichtig das ist das Selbst das Selbstbild aber was noch dabei hilft es gibt in unserem Sonnensystem noch einen inneren Sonne das kannst du so vorstellen wir haben die Sonnensystem und da sind die Planeten und da befindet sich Jupiter und Jupiter hat Monde und Jupiter mit ihren Monde widerspiegelt ein inneren Sonnensystem also wenn wir von inneren Sonne sprechen oder diese nach innen schauen dann kannst du auch den Jupiter auch entdecken und diese Jupiter Energie hilft dir auch bei die Heilung hat eine Verbindung zu Chiron diese inneren Sonne dieser Jupiter Jupiter bringt Glück im Leben Jupiter erweitert unsere Möglichkeiten unserem Horizont und du als Schützen Geborene hast einen besonderen Bezug zu Jupiter weil Jupiter ist Herrscher Planet über die Schützen Geborenen also du hast einen persönlichen Bezug zu Jupiter und dieser Jupiter deine inneren Sonne oder dein persönlichen Planet als Schützen geboren hat eine Verbindung zu Chiron die wirken zusammen dieser Chiron ist ein Kleinplanet oder ein Asteroid könnte man sagen dieser Chiron zeigt immer die Schwäche in unserem Leben all das was uns kränkt und gleichzeitig bringt aber Heilung rein das heißt wenn du deinen inneren Sonne entdeckst an dir durch eine meditative Haltung und dabei hilft dein Mond und Sonne Einfluss dieser Neumond und schaust immer wieder in dein Leben nach innen dann entdeckst deine inneren Sonne dein Selbst auch die Schützen Eigenschaften dann entdeckst du auch Jupiter Jupiter ist die optimistische Haltung im Leben das Glück im Leben erweitert unseren Horizont da gibt es Möglichkeiten und Chancen Jupiter beschenkt uns im Leben und gleichzeitig ist das für dich persönlich auch eine Heilenergie eine Art Heilung weil das spielt auch Chiron eine Rolle also es ist nicht nur die Schwäche im Leben anzeigt oder das was uns kränkt sondern bietet gleichzeitig die Heilung an und das was dich heilt auch und dann habe ich noch betrachtet welchen Sternen Sternbilder haben ein Einfluss auf dein Geburtshoroskop und da möchte ich noch darauf eingehen dein Sonne Merkur im Tierkreis zeichnen schütze wie ich schon sagte die beiden wirken zusammen sogar so eng miteinander verbunden dass die Sonne sogar verbrannt die Merkur wo du das trotzdem im Licht bringen kannst wenn du die Sonne an dir entdeckst und keine Angst hast von die Sprache von dem Ausdruck sondern mutig alles in Sprache bringst und diese Position hat auch einen Einfluss von außen und dieser Stern wo das beeinflusst die Sonne und auch Merkur das heißt dein selbst auch deine Sprache dieser Stern heißt Grafias und diese Grafias dieser Stern ist der Kopf des Skorpions es ist zwar der Bereich Schütze du bist im Schütze geboren dein Sonne ist im Schütze dein Merkur ist im Schütze und diese Grafias ist aber befindet sich im Tirk ein Skorpion wirkt aber im Bereich Schütze bestrahlt deine Sonne und Merkur und man sagt sei immer bewusst sei immer in dein Bewusstsein mach immer Gedanken und erkenne im Leben du hast immer wieder Neide und da sortieren da kommen bisschen Jungfrau Eigenschaften trennen die Spreuz vom Weizen also immer im klaren Kopf bewahren besonders wenn es um Kontakten geht oder Gesprächen geht zum Erkennen und damit sollst du bewusst sein du hast nicht nur Freunde sondern hast auch Feinde und hast auch Neider und da immer die passende Antwort zu geben hier geht es um Kommunikation es ist nicht unbedingt die liebe Partnerschaft sondern im allgemeinen Leben Freundeskreis oder in beruflichen Situation immer wenn es um Kontakte geht immer wenn es um Gespräche geht immer die klaren Kopf bewahren und sei ein bisschen misstrauisch Mars dieser unerspektierte Mars was bei weiblichen Horoskopen auch der Mann bedeutet also bei dir ist auch nichts anderes Sonja bei dir bedeutet auch der Mann aber gleichzeitig auch deine Kraft der Mut alles was in dein Leben bewegen kannst wie du dich durchsetzt im Leben das ist im Löwen also brauchst die Löwe wieder und das ist im Bereich zweiter Haus und gleichzeitig das ist die Spitze des zweiten Haus das heißt öffnet sich diese geheime Tor und hier geht es um dein selbst erste Haus und Grenzbereich zweiter Haus also dein persönliches Auftreten und auch dein Selbst Wert Gefühl und handelt sich auch um Werten und auch um Finanzen natürlich dieser Bereich Mars und dieser geheime Tor zu dem zweiten Haus was die Werten beschreibt hat auch einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Algenubi und dieser Algenubi ist nichts anderes als der Kopf der Löwen wieder die verstand die Gedanken mit Kopf dabei zu sein dich durchsetzen und dann brauchst wieder die Löweneigenschaften dann kehren wir wieder zurück zu Jupiter das ist dein persönlicher Planet wie beeinflusst halt die Schützengeborenen und als Schützengeborenen natürlich wirkt auf dich auf deine Sonne auf dein Wesen dieser Jupiter Jupiter bekommt auch ein Einfluss von einem Stern und das ist ein besonderer Stern dieser Stern heißt Fumalhaut diese Fumalhaut bestrahlt dein inneren Sonne bestrahlt dein Jupiter und diese Fumalhaut ist eine von den König Sternen die alten persischen Astronomen vor etwa 5000 Jahren haben die vier Himmelsrichtungen bestimmt die Sommersonnenwende Wintersonnenwende Frühlingspunkt Herbstpunkt und die haben diese Himmelsrichtungen in einem bestimmten Stern zugeordnet in laufenden Jahren und das ist 5000 Jahre her hat das etwas verschoben aber diese Sternen gilt immer noch als königliche Sterne und diese Fumalhaut ist eine von diesen königlichen Sternen und bestimmte damals die südliche Himmels Richtung und diese Fumalhaut befindet sich im Terk zeichnen Fischen das ist das Maul des südlichen Fisches und diese Fumalhaut bestrahlt dein Jupiter und bestrahlt dein Chiron also die Heilprozess deiner inneren Sonne und diese Fumalhaut bedeutet Kraft Glück Ehre Anerkennung Erfolg Karriere also ein Glücks Sternen und wenn du versuchst diese innere Sonne an dir zu finden und dieses Selbstbewusstsein zu haben und bist mit deinen Werten bewusst und es ausstrahlt und es königlich ausstrahlt das heißt setzt es auch im Mittelpunkt und lebst die Löwen und das ist eine spielerische Art und Weise und bist mit diesem inneren Sonne vertraut das ist für dich die Heilung die Heilprozess und das gibt dir im Leben nicht wiederhol Kraft Glück Ehre Anerkennung und das sollst du auch leben also damit möchte ich beenden jetzt die Bezug zum Geburtshoroskop immerhin es ist ein Jahreshoroskop aber weil du diese Frage gestellt hast liebe Partnerschaft und ich habe das auf ersten Blick erkannt in dein Horoskop habe ich das Bedürfnis gehabt es auch zu erklären aber jetzt gehen wir wirklich auf dem Jahreshoroskop ein und bestimmten Tagen erwähnen was kommt im Jahr was kannst du damit was ist zum erwarten im Jahr erst mal gehen wir auf den Kontakten Gesprächen Terminen oder Verträgen oder Briefe Telefonate alle Arten von Informationen und Kontakte 7. und 8. November 2017 es kann ein unangenehmer Gespräch sein und hier sollst du stärk zeigen hier sollst du dich durchsetzen und dich zu beweisen also hier holst deine innere Sonne raus diese unangenehme Gespräch kann von Vater kommen oder von einem Chef also von einer männlichen Person irgendwas kränkt dich nervt dich und hier sollst in diesem Zeitraum Kraft Stärke zeigen nächste Tag also nächste Termin 4. Februar 2018 und 5. Februar 2018 es ist ein Nachricht zum erwarten hier handelt sich um liebe Partnerschaft es kehrt etwas zurück das kann eine Person sein wo zurückkehrt in dein Leben aber kann auch eine Thematik sein das wieder die gleiche Thematik kommt wo zurückkehrt natürlich kann das karmisch bedeuten dass die Seelen Partner von vergangenen Leben dich findet du kehrt zurück in dein Leben also hängt das zusammen mit dem Vergangenheit handelt sich um Liebe Partnerschaft du fühlst dich zwar ein bisschen noch unsicher aber trotzdem ist diese Nachricht angenehm und schön 4. 5. Februar 2018 die nächste Termin 20. und 21. Februar 2018 ein gutes Gespräch du erkennst auch kommt mehr Klarheit mehr Orientierung kann auch bedeuten dass du Termin bekommst zum Arzt und hast Arzttermine oder ärztlichen Gespräche aber da kommt die Heilung da kommt wieder die Lebenskraft kann beides bedeuten dass einerseits ein klärendes Gespräch mit jemand und gleichzeitig auch ärztliche Termin sehe ich dich nicht krank sondern es ist wieder die Lebenskraft die Heilung was hier kommt auch mehr Klarheit mehr Orientierung die Gespräch Termin oder diese Information ist gut die nächste Termin ist 12. und 13. März 2018 beruflich ein Gespräch oder ein Termin oder ein Vertrag oder etwas Neues beruflich oder im Allgemeinen ein Neuanfang oder Gespräche im Arbeitsplatz also hat mit beruflicher Situation etwas zu tun nächster Termin handelt sich immer um Kontakte Gespräche Verhandlungen Termine 11. und 12. Mai 2018 ein persönlicher Gespräch es kann aus der Familie kommen handelt sich um deine Persönlichkeit betrifft dich persönlich betrüft dich persönlich es geht um Gefühle es geht um Gefühle diese Gespräche schön und angenehm nächster Termin ist 14. Juni 2018 Neuigkeiten neue Möglichkeiten Chancen Überraschung oder Einladung also kommen etwas Neues oder Neuigkeiten und die nächste Termin ist 15. 16. 17. Juli 2018 es ist ein Gespräch mit einem Mann eine männliche Person es geht auch um Werte kann auch Gespräche sein mit Finanzen also das sind die zwei Themen Bereiche entweder Finanzen oder Werte oder um Liebe und Begegnung mit einer männlichen Person die gleiche kehrt zurück die gleiche Thema oder der gleiche Mann kehrt zurück um 5. 6. und 7. August 2018 da kehrt etwas zurück das erinnert auf diesen 15. 16. 17. Juli dann wieder kehrt die gleiche Thema jetzt drittes Mal am 30. und 31. August wieder dieser gleiche Mann die gleiche Thematik kann auch um Werte gehen oder Finanzen oder beides parallel das muss nicht der Mann mit den Finanzen was zu tun haben die nächste Termin ist 9. September 2018 eine unerwartete Nachricht oder eine Überraschung oder ein Einladung schön angenehm Nächster Termin 13. 14. September 2018 wirst du eine klare Entscheidung treffen bringst etwas in Punkt oder beendest du etwas oder hier gibt es ja oder nein kein Wischiwaschi sondern eine ganz klare Entscheidung 30. September die Kontakt suchen oder lieber abwarten eine gewisse Unsicherheit 13. 13. Oktober 2018 Gespräche es geht um Liebe Partnerschaft Gefühle sehr schön sehr angenehm 19. 20. 20. Oktober 20. Oktober 2018 Vertraust und erzählst etwas über dein Vergangen und all das was dich in Vergangenheit enttäuscht hat weil es handelt sich um Gespräche 2. 3. November 2018 ein klärendes Gespräch das kann auch dein Vater sein oder ein Chef also ein Vater Figur aber kann in anderen Lebensbereiche auch gehen wo du Klarheit möchtest oder bringst etwas in einen klärenden Gespräch oder du bekommst eine Information und eröffnest dein Augen und erkennst du etwas klar und deutlich Jetzt kommt die Liebe also die Liebe Partnerschaft 11. November 2017 Liebe Partnerschaft Gefühlen unerwartete Ereignisse eine Überraschung 11. 12. 13. Dezember 2017 kehrt jemand zurück das kann Liebe Partnerschaft sein aber kann auch Freundschaft sein 2. 3. und 4. Dezember 2017 wirst du in bezüglich Liebe Partnerschaft ein Gespräch führen und zeigst Offenheit über deinen Gefühlen oder jemand kommt mit offenen Worten und öffnet sich und spricht über die Gefühle 14. 14. 15. und 16. Januar 2018 Neue Chancen neue Möglichkeiten in die Liebe Partnerschaft oder Sprache für eine neue Beziehung es öffnet sich etwas im Bereich Liebe Partnerschaft sehr schön sehr angenehm sind die Chancen wiederhole ich die Daten 14. 15. 16. Januar Anfang Januar kommt auch nochmal ein klärendes Gespräch über Gefühlen dann 23. Januar 2018 Liebe Partnerschaft entstehen Unsicherheiten die Partnerschaft steht in einer Art Prüfung 14. 15. 16. Februar genau 14. 15. 16. Februar Liebe Gefühle kommt auf die Liebe und auf den Gefühlsebenen kommt ein Einfluss du sollst an jemand zuhören wichtig ist dass du auf anderen zugehst und das bringt etwas in Ordnung 15. März 2018 Höhepunkt in die Liebe Neuigkeiten oder ein neuer Schwung in die Liebe entweder eine neue Begegnung kann auch sein das schon in eine bestehende Partnerschaft aber Schwung rein und das ist das Höhepunkt ein Lebens Jahr das ist dieser 15. März 2018 10. Juni 2018 trifft etwas dich persönlich was deine Liebesleben betrifft oder spürst die Gefühle das das trägt das das berührt dich persönlich etwas in die Liebe Partnerschaft ist auch sehr schön und angenehm 16. Juni 2018 wieder Chance Möglichkeiten in die Liebe Partnerschaft zu verbessern oder die Partnerschaft zu leben also das ist auch schön angenehm also ein schöner Tag für die Liebe 16. Juni 2018 1. Juli 2018 Kontakt zu einem Mann Liebe Partnerschaft aber weil das im Bereich zweiter Haus wirkt das kann sogar ein finanzieller Gewinn sein also das mal am Rande 1. Juli 2018 Begegnung mit einem Mann Liebe Partnerschaft aber kann auch durchaus Gewinn auch in diesem Tag bedeuten 15. Juli 2018 unerwartete Ereignisse betrifft Liebe Partnerschaft also eine Überraschung oder Einladung oder etwas womit du nicht rechnest 21. Juli 2018 klare Entscheidungen bezüglich Liebe und Partnerschaft die Einflüsse von außen sind gut aber hier entweder du oder der Partner trifft eine klare Entscheidung 21. August 2018 gewisse Unsicherheiten oder etwas festhalten wollen Angst von Liebe Partnerschaft Ablehnung Davonlaufen ein gewisses hin und her in die Liebe Die Nächsten Tag ist 16. September 2018 wieder kommen die Gefühle hoch Die Liebe wird lebendig wird Gefühle gezeigt kommt auch eine Art Sexual Energie Gehrein Und diesem Herbst 2018 also Herbst 2018 entsteht in einer Hin und Her Liebe Partnerschaft Sexualität bis dann um 24. Dezember 2018 ist es genau Weihnachten kommt etwas in Ordnung Jetzt gehen wir in ein anderes Energiefeld die Kraft wie du dich durchsetzt im Leben aber auch bedeutet auch die Männlichkeit Begegnung mit einem Mann oder wie ein Mann auf dich wirkt 12. 13. 14. November genau 12. 13. 14. November 2017 fühlst du dich kraftlos du hast das Gefühl du verlierst den Boden unter den Füßen am liebsten möchtest von alles davon laufen du verlierst gerade die Kraft hast aber Wünsche Sehnsüchte Träume und du sollst diese Träume zulassen in diesem Zeitraum 12. 13. 14. November 2017 sollst du vielleicht nach innen schauen Kraft von innen holen das ist diese innere Sonne was ich meinte und nicht davon laufen 15. 16. 17. Dezember 2017 hast du wieder Kraft hast du die Gleichgewicht lebst deinen Gefühlen du hast auch eine Art Heilenergie und es ist ein schöner Zeitpunkt mit einem Mann zu begegnen da sind Chancen da Am 31. Dezember 2017 und 1. und 2. Januar 2018 also Silvester Neujahr wieder Chance und Möglichkeiten in die Liebe Partnerschaft sehr gut sehr schön kannst deine Träume leben eine sehr schöne Zeit 30. und 31. Januar 2018 bekommst du Klarheit Mut und Kraft Offenheit und es ist eine Reise möglich das ist auch deine eigene Kraft auch symbolisiert aber auch die Männlichkeit also auch eine männliche Person das ist wieder eine schöne Zeit mit einem Mann zu begegnen entweder auf deine Reise oder wenn du schon diesen Mann hast dann gehst mit diesem Mann in diesem Zeitpunkt auf eine Reise 5. 6. 7. Mai wie ein Neubeginn Liebe Partnerschaft ist sehr wichtig auch sehr schön und angenehm 3. 4. 5. und 6. Juni 2018 entsteht eine gewisse Unsicherheit in die Liebe Partnerschaft brauchst Klarheit Orientierung fangst an unsicher zu werden die gleiche Thematik oder die gleiche Unsicherheit wiederkehrt sich am 17. 18. und 19. Juli 2018 und nochmal dieses Gefühl oh ich bin so unsicher weiß ich nicht klappt es klappt es nicht ist das wirklich eine feste Beziehung oder nicht das sind deine Emotionen und deine Gefühle das gleiche Gefühl hast du im 2. und 3. Oktober 2018 2. und 3. Oktober 2018 Dann dann um 22. 23. und 24. Oktober kommt wie eine Chance oder eine Heilung oder bringst du etwas in Ordnung oder eine gute Zeit zu die Liebe Partnerschaft das befestigt sich etwas und geht in die richtige Richtung das ist wie eine Art Wandlung Welcher Zeitraum hast du Glück in dein Leben was dich auch so persönlich betrifft das beginnt dir ab 12. Oktober 2017 dann erlebst du ein Jupiter Transit nennt man das also ein Jupiter Einfluss das gibt Chancen Möglichkeiten Glück im Leben und das beginnt ab 12. Oktober 2017 das ist im wohnlichen Bereich aber auch Lebensfreude in Freizeit wirst aktiv zu sein und hilft auch dein Selbst zu leben diese Selbst Verwirklichung auch diese innere Sonne oder diese Löwe Eigenschaften zu leben dein inneren Kind dieser Fröhlichkeit dieser Fröhlichkeit wirkt gute Chancen Möglichkeiten oder Glück hast im Leben besonders dann am 29. 30. 31. Oktober 2017 da hast wieder diese Glück Tagen um 1. 2. 3. November 2017 ist auch gut für deine Gefühle dann ist auch so Glückstag um erst 11. zwischen 11. und 16. Dezember also zwischen 11. Dezember 2017 bis 16. Dezember 2017 da hast du auch Chancen Möglichkeiten auch in die Liebe Partnerschaft kannst deine Träume leben da sind die Chancen da ich wiederhole zwischen 11. und 16. Dezember 2017 dieser Jupiter Einfluss was immer wieder Möglichkeiten und Chancen uns bietet im Leben oder bringt auch mal Glück in unserem Leben erreicht die geheime Tor zu diesem fünften Haus das Kind zu sein im Leben oder dieser Selbstdarstellung oder Lebensfreude zu haben diese unbeschwerte glücklich zu sein erreicht diese Tor am 27. Dezember 2017 und wirkt bis 3. Januar 2018 also das heißt ab 27. Dezember bis 3. Januar 2018 ist genau dieser Übergang wo du Möglichkeiten und Chancen hast dein Leben so zu gestalten dass du glücklich unbeschwert das Leben genießen kannst und diese Zeit kehrt aber auch zurück dann bekommst du wieder Chancen am 10. März 2018 und dann wieder wirksam ist zwischen Mai und Juni 2018 also diese Chancen Möglichkeiten kommt wieder lebendig zu sein deine Lebens Freude zu finden zwischen März und Juni 2018 diese Chance kehrt sich wieder zurück 20. August 2018 hast du wieder Chancen Möglichkeiten etwas zu verbessern kann auch die Liebe Partnerschaft sein also hast auf jeden Fall Glück und kannst diese Chancen zu leben wo auch sehr gut ist weil gute Gespräche heißt hast du mehr Klarheit mehr Orientierung bringst etwas in Ordnung und diese und diese Chancen diese Möglichkeiten besteht dann 18. November 2018 also Mitte November 2018 wo dich die schicksal dich führt gerade zur Zeit das ist dein Lebensfreude zu finden dein selbst zu finden das Leben zu genießen diese Lebensfreude zulassen und auch im Einklang bringen im Alltag dass diese unbeschwerte Kind zu sein im Leben überfließt im Alltag das ist zur Zeit deine Lebensaufgabe deine Lernaufgabe dann ist auch wichtig zum Erkennen dein Uranus das kommt auch von Vergangenheit von die alte Karma dass du was besonderes bist hast du besonderen Schicksal das kannst mich vergleichen mit anderen wo ganz beschränkt sehr bürgerlich leben du bist anderes und du wirst immer anderes sein und anderes wirken im Leben und diese Einzigartigkeit diese was besonderes zu sein im Leben oder mal anderes wie alle anderen dieses Gefühl brauchst du und dieses Gefühl sollst auch damit bewusst sein weil das gehört zu dein Selbst und dann wichtig ist zu erkennen dass du gerade diese große Reise machst diese große innere Reise und die Boden wo du dich zurzeit bewegst das ist die Tierkreis zeichnen Fischen und das ist nicht die feste Boden sondern das ist Wasser und hier muss schwimmen und da braucht man ein großes Vertrauen dass das Wasser trägt auch eine und diese Urvertrauen entwickelst du gerade aber das ist ein starker Neptun Einfluss aber das ist auch die Intuition die Inspiration diese Wahrnehmung was du vieles voraus ahnst nicht vergessen Prokion wo vor Sirius aufsteigt also du hast diese Vorahnung was kommt dann also das einfach Leben lebendig zu machen dann habe ich noch aufgeschrieben welche gute Zeit heißt oder welche ist für dich die günstigste Zeit gute Zeitraum für dich Gespräche zu führen Handeln einen Vertrag unterschreiben etwas neues beginnen beruflich zum Beispiel oder in finanziellen Lage oder wann ist es gut zu verhandeln oder etwas in Sprache zu bringen oder klärende Gespräche führen das ist November und Anfang Dezember 2017 und November Moment habe ich das falsch gesagt November Dezember 2017 genau und Anfang Januar 2017 2018 ich wiederhole gute Gespräche kannst du führen November Dezember 2017 und Anfang Januar 2018 dann kommt wieder eine gute Zeit für Handlungen Gesprächen kommt auch Leichtigkeit im Zeitraum zwischen 1. Februar 2018 bis 18. Februar 2018 dann hast wieder eine gute Zeit für die Gespräche weil dann zeigst du Begeisterung und Kraft und Mut und das ist die Zeitraum zwischen 7. März und 13. Mai 2018 2018 dann kommt ein Zeitraum wo eher zuhören sollst was die anderen sagen oder auf anderen zuzugehen es ist wichtig eine Brücke zu bauen Kontakte zum anderen suchen und das bewusst wahrnehmen hier handelt sich auch untersprechen Informationen das ist die Zeitraum was wichtig ist zwischen 30. Mai 2018 bis 12. Juni 2018 dann ist eine Selbstdarstellung du bringst etwas in die Sprache und kannst dich zeigen deine Meinung äußern ganz mutig das ist die Zeitraum was für dich günstig ist diese Auftreten zwischen 30. Juni 2018 bis 19. August 2018 dann ist gute Zeit für die Gespräche etwas im Gleichgewicht zu bringen etwas besänftigen ein harmonisch schönes Gespräch zu führen das ist die Zeitraum von 23. September 2018 bis 10. Oktober 2018 dann hast du wieder gute Gespräche wo alles auf den Punkt bringst wo Klarheit kommt weil du das im Ausdruck bringst oder du bekommst Informationen und schöne Kommunikation wo Klarheit herrscht das das der Zeitraum zwischen 1. November 2018 bis 17. November 2018 das sind die günstige also für dich persönlich gute Tage gute Zeit diese Gespräche voranzubringen die gute Zeit in die Liebe Partnerschaft wann sind die Chancen Möglichkeiten jemanden kennenzulernen verlieben eine Partnerschaft beginnen oder etwas verbessern also eine gute Zeit für Leidenschaft Gefühle zeigen auch für Sexualität ist Anfang November also 8 zwischen 8 November 2017 bis 1. Dezember 2017 da ist gute Zeit sich zu verlieben auf die Liebe einzugehen Gefühle zeigen auch die Sexualenergie also zwischen 8. November 2017 bis 1. Dezember 2017 dann ist gute Zeit die Beziehung zu befestigen oder die richtige zu finden eine Begegnung das ist die Zeitraum von 26. Dezember 2017 bis 18. Januar 2018 dann das Liebe genießen einfach fließen lassen und im siebten Himmel zu leben die Träume zu leben in Liebe Partnerschaft das ist die Zeitraum also deine Träume zu leben in Liebe das sind die Chancen zwischen 11. Februar 2018 bis 6. März 2018 dann die Gefühle bewusst wahrnehmen oder auf anderen zu zu gehen oder die Liebe zulassen und eine Brücke bauen zu anderen auf anderen zu zu gehen oder Gefühle zeigen oder Gefühle annehmen oder die Liebe Partnerschaft im Gleichgewicht bringen das ist der Zeitraum von 1. April 2018 bis 24. April 2018 dann kommt wieder Liebe Partnerschaft die Zuhause genießen diese Zurückgezogenheit für andere da zu sein andere helfen oder Hilfe annehmen und das ist der Zeitraum oder vielleicht eine Planung zusammen zu ziehen ein eigenes Zuhause zu haben das ist der Zeitraum von 20. Mai 2018 bis 13. Juni 2018 also das sind die wichtige Einflüsse und jetzt kommt ein anderen Themen Bereich ich habe es gibt viele Energiepunkte im Horoskop und ich habe zwei ausgewählt einmal wo hast du Glück im Leben und wo befindet sich die Liebe diese zwei Energie Punkt dein Glück dein Fortuna und da habe ich eine andere Berechnung wie im Computerprogramm also nicht wundern wenn das nicht identisch ist mit dem Glückspunkt was die Computer berechnet ich gehe auf den alten Quellen zurück nach meinen Berechnung ist dein Glücks Punkt dein Glück befindet sich im Zwillingen und das ist im Bereich Grenzbereich zwischen Freundschaften und zurückgezogen Manchmal hast du Glück wenn du etwas zurückgezogen bist wenn du die Ruhe bewahrst oder erkennst die Zusammenhänge oder mal hinter den Kulissen schaust oder mal geduldig abwartest manchmal ist und da befindet dich also diese Glück Energie befindet sich dieser Grenzbereich manchmal hast du mehr Glück wenn du Kontakte pflegst Freundschaften pflegst und auf anderen zugehst oder in einem Verein tätig bist oder mit gleichgesinnten Menschen triffst in einem Sportverein oder anderen Verein oder in Partei also wichtig das Gleichgesinnte eine Gruppe von Menschen oder in Freizeit etwas unternehmen also da hast du auch Glück manchmal aber weil das bewegt sich so in den Grenzbereich manchmal hast du mehr Glück wenn du etwas zurückgezogen bist und da brauchst du das Feingefühl dazu und auf diesem Energiepunkt dieser Glückspunkt dieser Glücksenergie hast du einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern bestrahlt dieser Energiebereich und dieser Stern heißt Menkalinan und dieser Menkalinan befindet sich im Stern Fuhrmann Übersetzt heißt der der die Züge führt das bedeutet wenn du Glück haben möchtest im Leben dann nimm die Züge selbst in Hand wenn du das Gefühl hast es ist besser zurückgezogen sein oder die Ruhe bewahren oder abwarten dann macht es hör auf deine inneren Stimme hör auf dein Gefühl wenn dein Gefühl sagt es ist jetzt besser zu bewegen mit Freunden treffen ein Veranstaltung gehen etwas unternehmen dann nimm die Züge selbst in Hand entscheide dich selbst lässt dich beeinflussen von anderen dann macht es weil das bringt dir Glück alles bewegt sich in Tirk Zeichnen Zwillinge also diese Kontakte mit anderen ist sehr wichtig oder kleine Reisen deine vertraute Umgebung erkundigender aktiv zu sein überall dabei sein bringt dir Glück im Leben und gibt natürlich Luft und Leichtigkeit die Liebesenergie lässt sich auch berechnen und diese Liebesenergie befindet sich bei dir in dir gezeichnen Waage und das sind deine Sehnsüchte deine Wünsche aber gleichzeitig kommt der Einfluss von außen von Jupiter und Chiron das sind eine 150 Grad Entfernung bestrahlt Jupiter und Chiron deine Liebesenergie und es ist eine gewisse Unsicherheit das heißt du hast diesen Wunsch diese Sehnsucht nach Liebe Partnerschaft da möchtest du verankern das ist schon in die Nähe von dem tiefsten Punkt des Horoskops das ist diese Verwurzelung ich habe erwähnt du kannst das Horoskop wie einen Baum betrachten das ist das Wurzel der Baum und hier in diesem Wurzel befindet sich dein Liebesenergie das hat nicht mit Planet Venus in dem Sinne zu tun sondern es ist ein Energiefeld dir persönlich und das ist die Waage und das ist das tiefste Punkt im Horoskop da bist du verwurzelt das gibt dir Halt und Sicherheit und Stabilität im Leben das ist die Liebe das Wuchst auch aber wirkt die Lilith Energie das bedeutet das ist wieder eine andere Energie weil du hast diese Wunsch diese Sehnsucht aber hast Angst davon und das sollst du diese inneren Unsicherheit was natürlich mit deiner Vergangenheit was zu tun ist entweder von Kindheit oder alter Karma das in Ordnung zu bringen und das kannst wenn du da ein Heilung rein bingst und kannst wenn du deine inneren Kraft entdeckst dann bekommst dieser Halt dieser Sicherheitsgefühl dieser Stabilität an dir selbst und dann kommt die Liebe auch und dann lässt es einfach fließen weil du brauchst diese Gleichgewicht das ist die Tierkreis zeichnen waage du brauchst diese Gleichgewicht weil diese Gleichgewicht diese Ergänzung Liebe Partnerschaft das gibt dir die Halt das gibt dir die Stabilität und diese Liebesenergie fällt wird auch von einem Stern bestrahlt also das beeinflusst dein Liebesleben und dieser Stern wo dir hilft die Liebe zu finden dieser Halt in Beziehung zu finden dieser Stern heißt Windermiatrix und diese Windermiatrix befindet sich im Tierkreis zeichnen Jungfrau aber wird im Bereich Waage wo dein Liebesenergie liegt diese Sternbilder oder diese Tierkreis zeichnen sind nicht exakt abgegrenzt sondern die eine Tierkreis zeichnen übergeht auf dem anderen das bedeutet diese Windermiatrix befindet sich diesem Stern im Tierkreis zeichnen Jungfrau wirkt aber in diesem Bereich im Waage wo dein Liebes Energiefeld ist also beeinflusst dein Liebesleben hilft dir die Liebe zu finden und dieser Stern Windermiatrix kommt von Latein und übersetzt heißt Traubenernte oder Weinleserin und dieser Stern kommt in Beziehung zu ein griechischer Gott heißt Dionysos und Dionysos war die Gott der Wein und das bedeutet jetzt mal auf dein Leben Feste Veranstaltungen Fröhlichkeit und das was Früchte trägt hier geht's um Trauben Ernte hier geht's um Wein hier geht's um diesen Weingott das bedeutet nicht dass du jetzt viel Wein trinken sollst damit die Liebe zur Erfüllung geht und der Mann dich finden bedeutet auch nicht dass du jetzt in eine Kneipe gehen sollst sondern es bedeutet diese Fröhlichkeit oder ein Veranstaltung oder ein Fest das zu genießen das Leben zu genießen diese schöne Seite zu leben zu genießen und erkennen und diese Fröhlichkeit natürlich kann auch sein dass die Begegnung die Ort ist ein Fest oder eine Veranstaltung kann auch bedeuten und das trägt Früchte also das ist die Fruchtbarkeit was hier vermittelt wird und das was beeinflusst dein Liebesleben also das war jetzt mal die Geburtshoroskop das waren die Termine und jetzt auf dein Jahreshoroskop auch möchte ich auch beschreiben die Thematik in dein kommenden Lebensjahr und es beginnt dieser kommende Lebensjahr am 24 November 2017 bedeutet für dich eine Wandlung du veränderst du dich du veränderst auch dein aussehen es ist Skorpion und das das ist die Jahresthematik das heißt in die kommenden Lebensjahr ist dein Jahresthema ist Skorpion und das ist eine Transformation das ist eine Wandlung andererseits genau das strahlst du dich aus diese Skorpion Eigenschaften steht auch Venus da die Weiblichkeit das bedeutet in die kommenden Lebensjahr hast du das Glück unterstützt dich auch Jupiter dabei das bringt auch Glück im Leben du wirst in die kommenden Lebensjahr als Frau wahrgenommen zwar als erotische Frau wahrgenommen das ist die Skorpion das ist die Erotik auch wenn du dich nicht so kleidest oder das dir vielleicht gar nicht bewusst ist trotzdem hast in die kommenden Lebensjahr ein erotische Ausstrahlung was die Männer auffällt also du wirst als Frau definitiv Wahl genommen der Mann wo zu dir passt oder zu dir steht steht noch im Hintergrund versteckt kann auch bedeuten dass ein Mann dich beobachtet und zeigt sich noch nicht kann auch bedeuten das beginnt eine Liebesbeziehung und das ist noch im Verborgenen weil das ist diese Geheimhaltung das sind Geheimnisse das heißt du wirst erotisch die Männer nehmen dich wahr du zeigst dein Weiblichkeit vielleicht unbewusst aber das ist die Wirkung in dieser Wandlung befindest du dich du wirst von einem bestimmten Mann auch Wahl genommen aber das sind noch Geheimnisse entweder dieser Mann sagt es noch nicht oder kann auch bedeuten das beginnt etwas und diese Beziehung ist noch im Geheim gehalten nicht in Öffentlichkeit dann sehe ich auch dass du vieles in Sprache bringst was du früher nicht getraut hast dass du mehr mutig bist und dass du beruflich neue Chancen neue Möglichkeiten bekommst und dass du dich im Allgemeinen sehr wohl fühlst also du wirst diese Leichtigkeit spüren du fühlst du dich wohl kann auch wohnliche Veränderungen sein magst viele Unternehmungen oder eine kleine Reise hast du viele Kontakte also das schenkt dir eine gewisse Leichtigkeit und bist mutiger bringst vieles in die Sprache du bringst deine Weiblichkeit im Ausdruck hast das Glück das wird wahrgenommen du bekommst viele Komplimenten und hast du einen Verehrer und wo du neue Chancen neue Möglichkeiten hast das ist die berufliche Situation dann habe ich auch mal die Monatshoroskop auch betrachtet und ein Monatshoroskop beginnt in dem Moment wo die Mond in die Position erreicht wie wo dein Geburtsmond ist mit dem beginnt einen persönlichen Monat und das beginnt jetzt am 23. September 2017 das heißt am 23. September 2017 beginnt dein persönlichen Monat und was passiert in diesem Zeitraum ein Monat lang du zeigst Stärke du zeigst ein selbst sicheres auftreten du zeigst Kraft und Mut du wirst Sache ansprechen was du sonst nicht getan hast triffst du klare Entscheidungen du beendest etwas von die Vergangenheit oder bringst etwas im Ende oder trennst von etwas das sprichst auch an dann kümmerst um die Finanzen da bist du etwas unsicher was die Finanzen betrifft dann hast du Veränderungen in deine Umgebung das bedeutet es bewegt sich etwas in dein vertraute Umgebung Verwandtschaft oder in Nachbarschaft oder die Orte wo du lebst da ändert sich etwas und kommt auch viel in Bewegung das heißt du unternimmst etwas oder machst kleine Reisen das hat auch eine Bedeutung was die wohnliche Situation betrifft da bedrückt dich etwas aber das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt etwas zu verändern dann überlegst du auch dass du eine größere Reise machst aber das wäre auch noch nicht die richtige Zeitpunkt bewegt dich eher in die vertraute Umgebung oder mach da deine Reisen weil da liegt das Glück da sind die Möglichkeiten und da sind die Chancen in die Ort oder in Umgebung wo du lebst und sei da aktiv und dann in Freundschaften Bekanntschaften sehe ich auch dass du Hilfe bekommst oder du bietest Hilfe an da kommen noch Erinnerungen von Vergangenheit das macht dich ein bisschen traurig aber ansonst bringst du vielen Sachen in Ordnung zeigst du auch mehr Mut als sonst oder sprichst etwas direkter an und dann kommt auch deine Weiblichkeit auch im Spiel in dieser Monat ist dir auch bewusst du möchtest an dein Aussehen etwas ändern es ist zwar noch ein bisschen zurückhaltend das ist noch nicht dieser Glanz was die Löwe so zeigst du versuchst ein bisschen experimentieren aber du veränderst dich etwas in dein Aussehen entweder neuer Haarschnitt oder eine neue Mode oder ein anderes Auftreten also ändert sich in dein Aussehen in dein Weiblichkeit etwas im Positiven im Positiven wirst du anderes wirken du fällst auf du wirst mehr wahrgenommen oder hast du eine erotische Ausstrahlung also da ändert sich etwas und hast du mehr Mut und mehr Kraft oder kannst besser etwas in die Sprache bringen bekommst du auch ein guter Nachricht oder hast schöne Gespräche von etwas verabschiedest oder trennst von etwas aber das ist auch gut und positiv und die Bewegung ist in vertraute Umgebung da liegt das Glück und große Veränderungen oder ein Umzug das wäre nicht der richtige Zeit Punkt und das war meine Analyse für den Horoskop und den Jahres Horoskop und ich bedanke Sonja dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen mein Name ist Dendera Susanna Medici D D Vielen Dank.